In diesem Video geht es um die besten Möglichkeiten, mit Instagram 2024, 2025, vermutlich auch 2026 Geld zu verdienen. Natürlich kann sich sowas immer ändern, aber die Grundlagen, wie man mit Instagram Geld verdient, sind eigentlich immer gleich. Normalerweise denkt man immer nur an Kooperationen, wenn man an Instagram und Geld verdienen denkt. Oder viele glauben auch, dass man für Views und oder Likes bezahlt wird. Das gibt es aktuell so nicht, zumindest nicht in Deutschland. Ab und an gibt es schon mal Creator, die jetzt mittlerweile für Facebook-Views bezahlt werden. Genau wie damals auf TikTok und genau wie hier auf YouTube Shorts sind die Einnahmen aus solchen Videos, die Millionen und Abermillionen Aufrufe generieren, allerdings wirklich zu vernachlässigen. Den meisten von euch wird es nicht helfen, irgendwie 20 Euro mehr im Monat zu verdienen, auch wenn das sicherlich der ein oder andere schon ganz gut findet. Aber hier geht es darum, wie man wirklich Geld verdienen kann, also wirklich massiv viel Geld verdienen kann. Ich habe alle diese Sachen in den letzten Jahren schon ausprobiert. Ich habe lange Zeit auch mal als Influencer gearbeitet und habe teilweise für eine einzige Kooperation mehr als 7000 Euro bekommen. Und deswegen fangen wir auch mit dem Thema Nummer 1 an und das sind Kooperationen mit anderen Marken. Eine Marke, zum Beispiel in meinem Fall war es damals viel Olymp und Brown Beauty oder ich habe auch mal mit Nike zusammengearbeitet oder mit Red Bull. Die schreiben einen an, meistens nicht die Marken direkt, sondern über eine Influencer-Agentur und die möchten gerne durch eure Reichweite ihre Produkte verkaufen oder auch einfach nur bekannter sozusagen werden. Dabei ist eure Follower-Größe tatsächlich entscheidend, aber auch euer Engagement. Weil die meisten Leute sagen ja, Follower sind heutzutage nicht mehr ganz so wichtig. Das ist allerdings falsch, weil die ganzen Datenbanken, auf die diese Influencer-Agenturen zurückgreifen, die schauen meistens erstmal, dass man eine gewisse Follower-Größe hat plus dann noch ein gutes Engagement. Das heißt, wenn du 100.000 Follower hast und gar kein Engagement, dann werden weniger Firmen auf dich zukommen, als wenn du 100.000 Follower hast und extrem viel Engagement. Wenn du aber genauso viel Engagement mit 10.000 Followern hast, dann werden eben nicht so viele Firmen auf dich zukommen, weil normalerweise ist es ja so, dass wenn du viele Follower hast, du schon so ein gewisses Grundrauschen hast. Das heißt, für die Firmen lässt es sich einfach besser kalkulieren, wenn du viele Follower hast, dass du vermutlich auch bei denen ihrer Kampagne genügend Views einspielst. Das heißt, egal wer euch was erzählt, wenn ihr als Influencer arbeiten wollt, ist es immer noch super wichtig, beide Metriken im Auge zu behalten, das heißt eine hohe Follower-Schaft aufzubauen und viel Engagement. Allerdings haben natürlich Mikro-Influencer zwischen 1.000 und 10.000 Followern häufig eine extrem starke Bindung noch zu ihrer eigenen Community, weil sie viel mit denen interagieren etc. Und auch das ist für manche Marken mittlerweile super spannend, da sie gesehen haben, dass zum Beispiel ein Influencer mit 5.000, 7.000 Followern in einer gewissen Nische extrem hohe Klickraten in der Story bekommen kann. Also wenn jetzt ein Influencer mit 5.000, 7.000 Followern etwas in seiner Story bewirbt und es sehen 2.000, 3.000 Menschen, weil teilweise sind die Storyviews tatsächlich noch 30, 40, 50% der Follower-Schaft, weil der Account eben noch nicht so lange existiert, dann ist es oft so, dass diese Leute genauso viele Klicks bekommen wie ein Influencer mit 100.000 Followern. Wenn es allerdings um Reichweitenbezahlung geht, also jetzt nicht irgendwie dieses Pay-Per-Click oder Pay-Per-Kauf, was auch immer, dann ist es für die Marken erstmal interessant, wie viele Impressionen du sozusagen erhältst mit deinen Videos oder auch deinen anderen Beiträgen oder deiner Story. Das heißt, sie werden dich immer nach deinen Story aufrufen fragen und oder nach deinen Impressionen, weil das ist halt das klassische Modell, man bezahlt nach Impressionen. Die geileren Deals, meistens, wenn du sehr hohe Klickraten hast, ist allerdings so, dass du sagst immer, ich will anfangs gar nicht so eine hohe Bezahlung haben, sondern ich möchte daran beteiligt werden, wenn ich viel verkaufe. Mach das aber eben nur, wenn du weißt, dass du wirklich auch richtig gut verkaufen kannst, dass viele Leute auch wirklich an deinen Produkten später interessiert sind. Es gibt Influencer in gewissen kleinen Nischen, die wirklich nur so ein paar tausend Follower haben, die auch schon mehrere tausend Euro für eine Kooperation bekommen. Das sind dann meistens natürlich Leute, die auch in einer teuren Zielgruppe unterwegs sind. Stell dir mal vor, du bist Makler für irgendwie Luxusimmobilien oder Luxusjachten. Ich meine, tendenziell polarisiert dieses Thema natürlich stark und du wirst wahrscheinlich relativ schnell Follower aufbauen. Aber wenn jetzt jemand auf dich zukommt und du hast vielleicht 5000 Follower und man weiß, das sind alles potenzielle Käufer, ja, dann wirst du natürlich extrem viel Geld damit verdienen, wenn jemand sagt, stell meine Immobilie mal deinem Publikum vor. Ist ja klar, 5000 potenzielle Käufer. Ist natürlich nie genau so, das ist dann eher in der E-Mail-Adresse so, aber so kannst du es dir vorstellen. Also je besser und klarer deine Zielgruppe ist, tendenziell mehr wirst du auch mit einer Kooperation verdienen. Punkt Nummer zwei, das kennst du von mir, das kennst du von ganz vielen anderen, ist, wenn man ein eigenes Produkt erstellt und verkauft. Das können zum Beispiel kleine E-Books sein oder Online-Kurse oder Templates oder auch ein Workshop oder eine Challenge. Mensch, da gibt es tausend Sachen. Im Kurzformat bedeutet das einfach, du kannst deine Expertise zu Geld machen. Und da muss es auch gar nicht immer in dieses High-Ticket-Closing reingehen. Also die Leute wollen ja oft erzählen, dass du anfängst irgendwie mit einem Coaching-Programm, was 4, 5, 6, 7.000 Euro kostet. Und das versuchst du dann an die Leute zu verkaufen. Das muss es aber gar nicht immer sein. Es ist natürlich spannender, wenn du mal einen Sale machst, der dir dann wirklich 5.000 Euro einbringt. Und es ist ja tatsächlich auch heutzutage relativ einfach möglich, ein Coaching-Programm über mehrere Wochen oder Monate zu verkaufen, wo Leute bereit sind, 5.000 Euro für zu bezahlen. Aber es ist ja auch nicht schlecht, wenn du kleinere Produkte hast, zum Beispiel irgendwas um die 29 bis 49 Euro. Und du kannst es wirklich regelmäßig an deine Zielgruppe verkaufen, weil wenn du die dann noch in eine E-Mail-Liste reinbringst, also du textst die etc., das geht jetzt ein bisschen zu weit, aber du holst dir die Leute auch noch wirklich als E-Mail-Kontakt rein, dann kannst du ja später ohne weiteres tatsächlich diese Leute nochmal anschreiben, wenn du ein besserwertiges oder höherwertiges, höherpreisiges Produkt hast und oder wenn du nochmal so ein Produkt hast in dieser Preis-Range. Normalerweise ist es tatsächlich so, wenn du jemandem ein 27-Euro-Produkt verkaufst und der fand das wirklich hilfreich, der kauft wirklich zu 50, 60, 70 Prozent, wenn du es vernünftig machst, nochmal dein 27-Euro-Produkt. Und so kannst du natürlich auch in die Breite gehen, ohne irgendwie sehr teuer zu verkaufen. Und ein 27-Euro-Produkt muss tatsächlich gar nicht so krass sein. Oft bezahlen die Leute gerne 27 Euro, zum Beispiel für ein Video, was eine Stunde geht, was eine gewisse Schritt-für-Schritt-Anleitung hat oder für eine sehr umfangreiche Checkliste. Ich habe zum Beispiel mal die 100 besten Hooks, die bei mir funktioniert haben, als 27-Euro-Produkt verkauft und das ging auch weg wie warme Semmeln, das Ding. Wenn du jetzt keine eigene Website etc. bauen möchtest, dann kannst du das natürlich auch relativ einfach über Shopify machen. Du kannst aber auch digitale Produkte über Etsy verkaufen, wenn du da mal reinschaust, da findest du auch unzählige Vorlagen für Instagram und auch da kannst du es dann verlinken. Ist natürlich so, dass du einen gewissen Teil an Etsy abgibst, allerdings ist es für den Aufwand und so auch gerechtfertigt, weil sie hosten dein Produkt und sie kümmern sich um die Rechnungserstellung etc. So kannst du das relativ schnell machen. Das heißt, du erstellst irgendwie so ein E-Book, keine Ahnung, irgendwas um die 20, 25 Seiten mit einer Checkliste, mit irgendwas, was den Leuten, also deiner Zielgruppe, wirklich weiterhilft. Erstellst das zum Beispiel dann auf Canva, lädst das als PDF runter, machst dir bei Etsy einen Account, stellst es bei Etsy rein und dann verlinkst es halt in deiner Story oder auch in deiner Bio mit dem Etsy-Link einfach. Und dann schaust du einfach mal, ob das vielleicht schon funktioniert und ob das vielleicht schon gut verkauft für dich. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du ja immer noch darüber nachdenken, dir mal eine eigene Landingpage zu bauen, also eine eigene Webseite mit deinem eigenen Namen, mit deinem eigenen Logo, die du dann auch besser tracken kannst und genau sehen kannst, wie die Conversion ist. Und ich sage immer, je weniger Reichweite du hast, tendenziell je teurer sollte dein Produkt sein und je eher du in einer kleinen Nische bist, je teurer sollte dein Produkt sein. Aber wie gesagt, es gibt auch, das nennt sich Tiny Offer, also diese 27-Euro-Produkte sind Tiny Offer. Es gibt auch den Ansatz, dass man einfach möglichst viele kleine Produkte reinhaut und die schön miteinander irgendwann verknüpft, auch mit E-Mail-Marketing etc., sodass du halt regelmäßig deine Geldeingänge hast. Ich kenne Leute, die verdienen damit wirklich fünfstellige Summen im Monat, nur mit diesen kleinen 27-Euro-Produkten und das sind oft Leute mit 10, 20, 30.000 Followern. Also gar nicht so riesig. Klar, vielleicht jetzt mehr als du hast, aber vielleicht auch deutlich weniger als du aktuell hast. Es ist auf jeden Fall relativ einfach möglich, wenn man gewisse Dinge einfach lernt. Kommen wir mal zu Punkt Nummer 3. Das ist jetzt erstmal so was ganz, ganz Einfaches. Das sind die Instagram-Monetarisierungsmöglichkeiten, also direkt über Instagram. Will ich einfach mal so ein paar Sachen erwähnen, wenn du jetzt zum Beispiel ein größerer Account bist, dann kannst du Shoutouts verkaufen. Das war früher Gang und Gelbe, zum Beispiel in der Fashion-Nische, da haben ganz viele Leute immer wieder ein Shoutout gekauft von einer Seite, die schon eine Million Follower hatte. Die haben dann meistens zwischen 50 und 150 Euro gekostet und die Leute haben dich halt einmal in ihrem Feed gepostet. Das waren aber auch diese klassischen Repost-Seiten, die gibt es heute mehr oder weniger gar nicht mehr. Dann kannst du natürlich ein Abo über Instagram verkaufen, wenn du dafür freigeschaltet bist. Das heißt, die Leute können dich abonnieren und du kannst extra Storys, extra Beiträge, alles extra über Instagram machen. Die Abos kannst du tatsächlich schon ab 1,99 Euro oder sogar ab 99 Cent pro Monat starten lassen. Und so kannst du dir natürlich, wenn du eh schon Follower hast, die dir extrem gerne folgen und vielleicht nischenspezifischen Content oder extrem exklusiven Content teilen möchtest, dann kannst du das über diese Abo-Funktion machen. Du kannst aber auch einfach regelmäßig live gehen und im Live können dir Leute sogenannte Badges spenden. Ich glaube, das ist einmal 99 Cent, 4,99 Euro und dann noch höher. Musst du einfach mal reingucken, wenn du live gehst. Da steht das auch drin. Für diese Sache musst du dich natürlich bei Instagram vorher freischalten. Informier dich da mal ein bisschen. Und das Nächste, wie gesagt, vielleicht kommt das auch irgendwann, dass man für ein Reel bezahlt wird. Das gab es schon mal, dass man eine gewisse Anzahl an Reels produzieren musste und dafür hat man dann Geld bekommen. Aktuell gibt es das nicht mehr. Teil Nummer 4 ist jetzt ein bisschen dedizierter. Das, was ich eben ganz kurz angeschnitten habe, ist die Zusammenarbeit mit anderen Creatoren, respektive Shoutouts. Einmal ist es ja eine mehr oder weniger indirekte Bezahlung. Das heißt, wenn du einen Kooperationspost machst mit jemand anderem, profitierst du von seiner Reichweite. Du kannst so natürlich aber auch kleinere Accounts zum Beispiel pushen oder andere Nischenaccounts pushen und die können dich theoretisch auch dafür bezahlen. Also ich habe schon Angebote dafür bekommen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, diese Chance besteht. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätte, mit einem Account vielleicht, der meine Nische angrenzend ist, zusammenzuarbeiten und einen Post zu erstellen und ich weiß, der kriegt regelmäßig, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Reichweite auf seine Reels oder auf seine Beiträge, dann wäre es mir das ja wert, diesen Menschen dafür zu bezahlen. Das muss natürlich dann irgendwie zusammenpassen, aber in der Theorie ist es ja möglich. Also es kann ja auch ein Account mit einer Million Follower sein und du sagst dann, hey, ich würde gerne mal auf deinem Account erwähnt werden, einen Kooperationspost mit dir machen, können wir mal zwei Stunden zusammen verbringen. Wir gehen mal zusammen einen Kaffee trinken, was auch immer und wir shooten dann einfach ein, zwei Fotos und laden die dann wirklich als Kooperationspost hoch und ich gebe dir dafür XY Euro. Also wie eine Art Kooperation, aber für sich selbst. Und wenn du ja selbst dieser spannende Account bist, dann könntest du so eine Dienstleistung natürlich auch anbieten. Ich gebe zu, ist ein bisschen schwieriger, das jetzt mal eben zu vermarkten, aber ich wollte das auch mal mit aufzählen, weil es natürlich schon ein enormes Potenzial hat, wenn du ein großer Account bist. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Account bist im Food-Bereich und du machst Fitness-Food irgendwie so und jemand anderes macht halt Food-Bereich und sagt, ich benutze keinen Zucker, dann könnte man natürlich harmonisch zusammenarbeiten oder ein Food-Account, der zum Beispiel sagt, ich mache nur glutenfreie Produkte. Ihr konkurriert ja nicht direkt, aber wenn der jetzt gerade erst anfängt mit 2.000, 3.000 Followern und du hast regelmäßig 200.000, 300.000 Views auf deine Reels, dann wird dieser Account ja extrem davon profitieren, wenn ihr mal zwei, drei Postings zusammen macht. Und ganz ehrlich, wenn ich ein Food-Account wäre, würde ich lieber mal sowas anfragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die großen Accounts gar nicht so viel Geld dafür wollen, weil diese Masche ja relativ neu auch ist. Statt jetzt von 2.000 Followern im Food-Bereich versuchen, selber zu versuchen, irgendwie auf 30.000, 40.000, 50.000 zu kommen, das dauert ja Monate. Dann würde ich gegebenenfalls eher mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und nachfragen, ob das möglich ist. Vor allen Dingen, wenn du mit diesem Food-Account irgendwann langfristig auch deine Kohle verdienen möchtest. Teil Nummer 5, eben habe ich schon gesagt, man kann relativ einfach Abos abschließen und exklusive Inhalte verkaufen. Das geht natürlich auch auf anderen Plattformen. Ich wollte das eben nur ein bisschen getrennt haben, da diese Plattformen natürlich teilweise im Verruch sind und davon rede ich natürlich von Onlyfans. Ich habe schon den einen oder anderen Onlyfans-Creator bzw. Creatorin gepusht und auch gecoacht damals und viele davon verdienen deutlich mehr Geld mittlerweile als ich, weil das natürlich ein ganz anderes Spektrum ist. Man muss Onlyfans aber nicht nehmen. Man kann auch Patreon nehmen zum Beispiel und da einfach für seine Community weiterführende Inhalte machen. Man kann aber auch, und deswegen nehme ich das hier auch mit rein, über ein Abo-Modell zum Beispiel eine School-Community aufbauen. Eine School-Community kannst du im Hobby-Bereich aufbauen, du kannst die im Business-Bereich aufbauen, egal wo. Und es gibt natürlich nicht nur School, auch da gibt es ganz viele verschiedene andere Communities. Ich erwähne das jetzt einfach nur, weil es, glaube ich, aktuell das bekannteste ist. Eine School-Community ist mehr oder weniger wie ein Internetforum, aber geschlossen. Und da kannst du es einstellen, dass die Leute jeden Monat xy Euro bezahlen und dann können die sich da austauschen. Also es geht gar nicht darum, dass du der Vorreiter bist und da die ganze Zeit Postings erstellst, sondern du machst eine Community auf, wo die Leute sich gegenseitig helfen. Und das kann in allen Bereichen sein. Du kannst das fürs Angeln machen und dann sagst du halt, der Zugang zu dieser Community, weil das auch überwacht ist, kostet 2,99 Euro, 4,99 Euro. Du kannst das im Food-Bereich machen, wo die Leute die besten Rezepte zum Beispiel austauschen können für ein spezifisches Thema. Dann machst du noch Unterforen da rein und dann sagst du, das ist die Thermomix-Gruppe, das ist die Fitness-Gruppe, was auch immer. Du kannst das natürlich aber auch im Business-Bereich machen und sagen, ich teile dort auch weiterführende Inhalte, aber es geht darum, ein Unternehmernetzwerk aufzubauen. Und das ist tatsächlich eine gute Methode. Also performt jetzt nicht so extrem stark. Ich hatte selber mal eine School-Community. Die hat 50 Euro im Monat gekostet. Und wenn du da reingekommen bist, hast du so noch einen Gratis-Kurs sozusagen geschenkt bekommen und hatte dann am Ende, ich glaube, 140 Leute da drin. Habe die Community aber nur zwei oder drei Monate laufen lassen, weil mir persönlich das dann tatsächlich zu viel Arbeit war, weil du musst halt moderieren. Du kriegst schon viele Fragen als der Ersteller von dieser Community. Es ist jetzt nicht so, als würdest du die erstellen und kümmerst dich nie wieder drum, weil dann wird die halt auch irgendwann zugespampt, selbst wenn es eine bezahlte Community ist. Ja, Teil Nummer 6 ist jetzt klassisch eher wieder für Unternehmer. Du schaltest Werbung, schaust, dass die Werbung einen vernünftigen Roas hast und skalierst halt einfach über Instagram. Also deine eigenen Produkte, du kannst es auch mit Affiliate machen, da musst du aber natürlich extrem aufpassen, damit sich die Werbekosten überhaupt tragen. Ich wollte das nur mal ganz kurz erwähnen, weil Werbeanzeigen schalten natürlich ein extrem promates Mittel ist, um seinen Umsatz zu vertausendfachen, also wenn du genug Kohle hast. Ich schalte kaum Werbung, allerdings werde ich das im nächsten Jahr auch mehr machen, weil organische Reichweite halt irgendwann auch mal ein bisschen gecappt ist und ich da mit dem Umsatz nicht mehr viel weiterkomme als bisher schon. Der Rest ist bei mir nämlich optimiert. Das heißt, ich fange jetzt an Werbung zu schalten und habe jetzt über drei Monate auch mal getestet und kriege tatsächlich einen positiven Roas hin. Das ist kein Riesenroas, aber ich glaube, wir haben irgendwas zwischen zwei und drei. Das heißt, ich stecke zehn Euro rein und kriege zwei bis dreimal so viel raus, also 20 bis 30 Euro wieder raus. Und wenn man das natürlich dann irgendwann soweit optimiert hat, dann kann man natürlich sehr viel Geld darüber verdienen, dass man Geld ausgibt. Klingt erstmal ein bisschen paradox, ist aber ja normal im Marketing. Und das Letzte, worauf ich jetzt noch ein bisschen näher drauf eingehen möchte, weil ich jetzt auch Kooperationen mit Instagram und Amazon gesehen habe, ist der Amazon Shop einfach ganz normal. Ich habe meinen zum Beispiel schon seit Jahren und den möchte ich dir mal ganz kurz zeigen. Der sieht jetzt nicht krass besonders aus, aber es ist einfach hier amazon.de und hier habe ich immer mal wieder mein Content-Marketing-Zeugs reingepackt. Also du kannst dann hier auf meine Storefront gehen, die kann man sicherlich auch schöner packen und dann siehst du so ein paar Sachen von denen, die ich habe. Du siehst ein paar meiner Lieblingsbücher, du siehst aber auch hier unten, wenn es dann mal lädt, vieles von meinem Equipment, was ich so habe, von Objektiven über mein Rode etc. Und wenn du jetzt auf meinen Shop gehst und hier drüber auf dieses Rode-Dingen gehst, dann siehst du hier oben drinnen, dass der Link Tag onamsebiforce21 ist. Und das ist mein Affiliate-Link. Das heißt, wenn du das jetzt hier drüber kaufen würdest, würde ich, keine Ahnung, 3-5% irgendwie sowas bekommen. Und so ein Link ist relativ einfach auch erstellt, wenn du dann mal im Amazon mit drin bist. Also du gehst auf Amazon, guckst dir hier irgendein Produkt an, zum Beispiel hier diesen Roborock, wie Curve Saugroboter, gehst auf Link abrufen und dann hast du hier tatsächlich schon direkt deinen Tracking-Link. Den kannst du kopieren, also einfach nur diesen Link hier kopieren. Den kannst du dann bei Instagram teilen und wenn jemand darüber kauft, bekommst du halt Geld dafür. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, weil ja auch Instagram jetzt irgendwie direkt mit Amazon zusammenarbeitet, scheint das ein Mittel zu sein, womit du wirklich Kohle verdienen kannst. Und ich vermute einfach mal, dass es aktuell so ist, dass man da relativ leicht angenommen wird, weil die halt wie gesagt mit Instagram kooperieren. Ich kenne tatsächlich Leute im Bereich Mama-Blogger, im Bereich Food, aber auch im Bereich Technik, die sowas auch wie die Prime-Deals extrem ausnutzen. Die machen dann jeden Tag Storys mit den besten Deals aus ihrer Nische und ich weiß von ganz vielen Leuten, die wirklich sehr viel Geld damit verdienen. Also tausende Euro mit relativ wenig Followern. Und die haben gar keine eigenen Produkte, die machen nur das. Hast du bereits irgendeine Methode ausprobiert oder machst du was ganz anderes? Würde mich mal echt interessieren. Hau das gerne mal in die Kommentare. Und wenn du jetzt noch mehr über Instagram wissen möchtest, wie man darüber auch ein Business baut, habe ich einen kostenlosen Workshop für dich. Geh einfach mal unter diesen Beitrag, da findest du einen Link. Und wir sehen uns dann da. Haut rein. Bis dann. Euer Sebi Forst. Ciao.